Die Marschlewski-Straße im Ortsteil Friedrichshain verläuft zwischen der Hildegard-Jadamowitz-Straße im Norden und der Warschauer Straße im Süden. Die Marschlewski-Straße entstand im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts vor der Berliner Zollmauer. Nach einigen Namensänderungen erhielt die Straße 1950 ihren heutigen Namen nach Julian Balthasar Marschlewski. Marschlewski gehörte zur Gruppe um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Außerdem war er Mitbegründer der Kommunistischen Internationale und gehörte ihrem Exekutivkomitee an. Der auf der nordwestlichen Straßenseite gelegene Wohnblock aus dem Jahr 1951-52 wurde mit Reliefs geschmückt, die Szenen vom Wiederaufbau Berlins zeigen. Ein Springbrunnen und eine Bronze-Skulptur werten die parkähnliche Grünanlage vor dem Gebäude auf. Ende 2004 entstanden in der Marschlewski-Straße und deren Umgebung die Außenaufnahmen zum Film »Das Leben der Anderen«, der 2007 einen Oscar gewann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017